Ich habe schon am Gischee angefangen, die Leute zu erwähnen, mit all den Operation-Kuranten. Und am Lauf von meinem Parcours habe ich Formationen gemacht, mit einem anderen Examen für die Assurancen. Daher habe ich dann auch eine Formation für die Hypothekäre gemacht. Ich habe immer mehr Aktiv gearbeitet, um mein Job als Leute zu beraten, wenn sie irgendein Objekt haben können, und in diesem Sinne auch zu schauen, was für Finanzierung passt. Ich habe schon viel auf einem anderen Platz geschafft, am Privatsektor, und ich war aber unzufrieden. Ich war unzufrieden, weil ich einfach ein Mensch sind, der gerne führen könnte, der gerne weiterleiert, wo ich einfach gerne meinen Horizont verbreite. Und das habe ich möglich gemacht, nicht bei dem Patron zum Beispiel. Und ich habe mich auch für die Spurkist, diese Idee, aus dem einfachen Grund. Weil das ist echt eine Menge Richtung gegangen, wo ich eben auch studieren kann. Von der ECO, vom Dorf, von der Finanzen. In der Agenzen ist es ganz gut. Wir sind eine junge Equipe. Wir sind auch mehr erfahren Leute. Aber aus dem ersten Alter, so hat es keine grosse Rolle, weil es auch eine Arbeit für die Selbstwirtschaft ist. Und das am grösten ganzen Spass ist, ich gewohnt, dafür zu kommen. Das ist okay. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020